Ja, hier ist wieder Magula, die MidHawken. Wir befinden uns jetzt in einem schon laufenden Spiel, aber das ist nicht so schlimm. Und zwar der Siege-Mode, wieder auf Wack-Edge, der neuen Karte. Und ich spiele jetzt heute... Wollte ich ja mal schauen. Ich glaube, ein Techniker ist gar nicht so verkehrt. Bruiser sind dabei. Raider. Spiele ich Raider oder Techniker? Was soll ich machen? Da wir gewinnen, spielen wir Raider. So. Wenn ich jetzt verloren hätte... Ah, stimmt genau. Ich habe ja hier einmal die Granaten mit dem Raider. Und... Secure Anti-Air. Ah, hier musste man doch die Punkte holen. Wow, 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 wow. Weg, 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 weg. Ja, das ging aber ein wenig super in die Hose. Die habe ich vorher gar nicht gesehen gehabt, die Jungs. Die ist ja krass, die Waffe. Guck mal, die Munition bleibt da dran hängen. Und er explodiert da. Wow, rechts, hinter uns. Hä, müssen wir das jetzt einnehmen oder nicht? Habe ich den nicht getroffen, oder was? Ja, das ist gewöhnungsbedürftig. Ach nee, wir müssen jetzt ja die Silos sammeln. Äh, ich habe schon so lange nicht mehr gespielt. Wir müssen jetzt ja von den Silos die Punkte sammeln und dann zurückbringen. Hin, 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 hin. Schnell. Komm weg. Gute Sache. Hä? Ach ja, aber ich habe noch mal eine EMP-Bomb geschossen. Der Super-Battleship launcht von den Gegnern. Jetzt waren die zuerst. Jetzt müssen wir... ...das verteidigen, genau. Secure-Anti-Air. Na cool, da konnte ich auch durchlaufen. ...noten... 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 Nein! Schnell, schnell, schnell! Nice, ich glaube wir schaffen es zu verteidigen. Schnell, 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 schnell! Schnell, 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 schnell! Gehnt nicht mehr. Die Munition explodiert glaube ich echt erst später, oder? Ja. Nice! Das heißt, man infiziert die mit dem Raider, die Gegner, kann sich halt wegbewegen, eigentlich, und macht dann erst den Damage. Ja, wir schauen uns aber nicht. Ist gleich da, das heißt, ich gehe jetzt auf jeden Fall zur Energiezelle, zu einer. Ja, ich gehe jetzt hier zu der Energiezelle, warte, dann bringe ich die Energiezellen ganzer weg. Ja, ich gehe jetzt hier zu der Energiezelle, warte, dann bringe ich die Energiezellen ganzer weg. Wie? Jetzt im Ernst, oder was? Wie krass war das denn jetzt? Warum haben die jetzt bitte die ganzen Punkte hergehabt? Ja, ich gehe jetzt hier. Komm's zu. Wir würden vielleicht nicht mehr abschieben, ich gehe jetzt bitte die göttlichen Feststellung an, oder was? Ja, ich sage jetzt. We did Battleship destroyed. Weg, weg, weg. Ich hab 200 Punkte. Weg, 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 weg. Wow. Ein Glück, ey. Schnell reagiert. E drückt. Jetzt gibt man natürlich hier die Punkte wieder ab, um seine Base wieder vollzuladen und der als erstes natürlich jetzt seine Punkte wieder voll hat. Der hat dann gewonnen, beziehungsweise neben seinem Battleship wird gestartet. Gewonnen ja nicht wirklich, weil, wie ihr gerade eben gesehen habt. Hä? Wow. Aber ich müsste nochmal Damage ausüben, gegen den. Nicht? Ich hab noch mehrmals getroffen, ey. Was? Wir brauchen nur noch 200. Boah, dabei sind die Gegner in der Überzahl. Die Waffe muss ich schon wieder aufladen. Oh, weg, 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 weg. Oh, weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Das ist verstaat. Ha, gekriegt. Nicht Anti-Air. Scheiße, Mann. Los, jetzt sind wir. Wir müssen ganz kurz einmal retten, Jungs. Sorry. Okay. Okay. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Scheiße. EMP geschockt. Nein. Ach, da kamen zwei Damage rein gerade. Von einem Rookie sogar. Von einem Rekruten. Krasse Sache. Schnell, schnell, schnell. Ah, ich mache ein ganz gut Damage. Das Battleship trifft ja auch noch. Umso länger es halt fliegt, umso mehr Damage machen wir. Hä? Schieß doch. Ja, ich konnte nicht schießen. Sonst hätte ich mal eine EMP da hochgeschossen. Okay, ich glaube jetzt können wir schon fünf Sekunden. Jetzt kann man sich schon langsam wieder auf den Weg machen zu den Energiezellen. Gehe ich in die Mitte. Ist am kürzesten. Aber die brauchen nur noch 90. Bleibt das doch stehen. Anscheinend scheint das echt so stehen zu bleiben. Weil die haben... Die brauchen nur noch 90 Energiezellen für den nächsten Angriff. Ja. Jetzt brauchen sie noch 80 Punkte. Man sammelt also die Punkte über die Zeit an. Und die bleiben dann auch bestehen. Ah, es wird schwierig. Nein. Ach. So ärgerlich. So viele Punkte gab es schon. So viele Punkte sind schon da. So viele Punkte blödendet. So viele Punkte sind wieder außengleich. Man kann sich in der Gegend geben, weil es in der Gegend gibt. So viele Punkte sind wieder ausgewählt. Ohne Lesung. So viele Punkte sind vorbei. Sie haben nur in der Gegend dauerhaft angefangen. Ohne Lesung. Joom! So viele Punkte sind in der Gegend. Gute Sache. Nicht getroffen. Wow, da gibt's mit Damage rein. Gute Sache. Los, 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 los. Nice, kurz rappen. Weiter geht's. Oh, komm raus. Wow. Ah, die holzen von hinten rein, die Sau. Genau. Doch, recht knappes Game. Die machen jetzt relativ viel Damage und müssen jetzt vereilen. Eins, nein, die nimmst du wieder einkommen. Das hat jetzt gar nichts gemacht, dass ich mich da reingestellt habe. Alleine. Ja. Nice. Jetzt brauchen wir Energiezellen. Ah, ich probier's. Ich probier's. Wo sind wir uns? Nein. Ah, das ist doch scheiße. Hier wird down. Ich komm mit der Waffe nicht ganz so gut klar. Ich komm mit der Waffe nicht ganz so gut klar. Als wenn ich ne Waffe hab, die hier permanent Damage macht. Oh, 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 die schaffen's gleich wieder. Oh, 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 die schaffen's gleich wieder. Durch die Verzögerung der Waffe ist es eigentlich ein bisschen schwieriger da die Gegner zu treffen. répondre query kommt okay gut? Dien Às meine Kit Anyoneや誰? Ah, das sind wir schon. Nah insyscy. Bait den Bait Lenücke Neriff. Das ist's unsere Unternehmen. Du Bait Lenovan, um Losity Battle Schip initially很濃. Los Cuz. Ich meine Waffe aus. Er:「 Bait Lenovan. auge receiver Geschenk eing Vivier. Wie, sind beide jetzt gelauncht? Wie geht das denn jetzt? Weg, 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 weg. Von links kam gleich... Nein! Von links kam gleich noch einer. Jetzt hab ich wieder 200 Punkte verloren, ne? So übel. Unser Battleship ist gleich kaputt. Scheiße. Ja, ich weiß nicht, ob wir das noch gewinnen. Müssen jetzt hier. Okay, jetzt haben wir die... Yes. Nice, Jungs. Hoch, 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 hoch. Ach, hier kommen wir nicht rauf, scheiße. Nein, geht einfach leid. Oh, shit. Oh, shit. Ja, umdrehen wollte ich mich gar nicht. Nice. Der Battleship ist tot. Kommt, Jungs. Ich glaub, unser Battleship ist auch gleich tot. Schnell, schnell, schnell. Immer noch unser Anti-Air. Ah, die war, glaub ich, zu kurz geschossen. Weg, weg, weg. Ich häng dir fest. Oh. Oh, und wenn wir das jetzt beschützt kriegen bis zum Schluss, wär das so geil. Ey, ich trabe ihn nicht, oder was? Nein, warum? Weg, 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 weg. Jetzt brauchen wir wieder Punkte. Ich bin so low. Da sammelt auch einer ab. Weg, 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 weg. Oh, ich dachte schon, ich bin jetzt tot. Fallschaden, davon tut ich auch nicht, weil er nachlässigen. Wenn man irgendwo runterfällt. Gleichzeitig nochmal die Lärter zu drücken, zum Springen. Das die, das die Buster angehen. Nein. Los, Jungs, einsammeln. Hinstellen. Und dann los. Also wenn wir noch einmal unser Schlachtschiff, glaube ich, starten, dann haben wir sehr, sehr gute Chancen. 600 Punkte. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Einer, 250. Hier ist noch einer. Hier kommt noch einer. Hier steht noch einer. Liegt noch ganz viel Scheiße rum. Ah, sieht gut aus. Ich glaube, wir schaffen es. Oh, shit. Wie sammeln sich alle da? Ich schalte jetzt um auf Burst Damage, ey. Das kann ich ja gar nicht. Das ist ja meine Dings, dann. Ah, ich steppe. Mein Rechtsklick ist ja Burst und nicht mein Linksklick. Haha, so geil. Jetzt weiß ich, gibt Buffen, die halt zwei Modi haben. Ich bin ja, ich bin ja. Ja, gleich haben wir gewonnen. GG. Richtig geiles Game. Aber gut gefallen. Auch wenn ich mit dem Wailer jetzt hier anfangs oder auch zum Ende hin noch gar nicht so gut zurechtkam, weil die Waffen halt gewöhnungswürfe sind. Aber hat mir sehr gut gefallen. War spannend bis zum Schluss. Und ich hoffe, euch hat es auch so gefallen. Wenn nicht, oder wenn doch, hinterlasst ein paar Kommentare, würde ich mich freuen. Und dann kommt morgen die nächste Folge mit Hawken. Bis dann.